Wie stolz bist du auf deinem Bad? Auf meinem Bad? Was heißt stolz? Ich trage ihn eigentlich nur, weil ich ohne so Scheiße aussehe. Ohne Bad mag ich mich nicht, da sehe ich so Bubi-haft aus. Okay. Wie findest du den Schnurrbart vom Kollegen Luis Holzby? Den Schnurrbart? Ja. Den Schnurrbart vom Kollegen Luis Holzby. Ich persönlich mag ihn eigentlich nicht, aber es ist für einen guten Zweck. Ich glaube, er selber mag ihn auch nicht. Eigentlich kann man den Schnurrbart nicht mögen, aber es ist für einen guten Zweck. Von daher ist das okay. Aaron, welche Aufgaben hast du als Kapitän beim HSV? Welche Aufgaben? Ja, ich glaube, das ist sehr vielfältig. Zunächst einmal, dass auf dem Platz oder neben dem Platz funktioniert, was wir uns vorstellen. Unsere Ziele immer wieder natürlich auch mit der Mannschaft teilen. So eine Saison ist lang. Viele Gespräche führen mit den Spielern. Wir haben ja sehr viele junge Spieler. Mit denen muss ich auch viel reden. Und natürlich auch als Vorbild vorneweg gehen für die ganzen jungen Spieler. Ich glaube schon, dass wir eine spezielle Mannschaft haben von der Altersstruktur. Ich glaube, wir haben ja fast die jüngste Mannschaft in der Liga. Und da sind sehr verschiedene Aufgaben. Der eine hat mit seinen Leistungen zu kämpfen. Und da gilt es dann für mich oder auch für den einen oder anderen von uns, das zu beobachten. Und auch mal den einen oder anderen zur Seite zu nehmen. Und ihn, wenn es mal nicht so gut läuft oder wenn er vielleicht ein bisschen hinten dran ist, ihm einfach auch Mut zuzusprechen. Gut. Wie British bist du? Eigentlich gar nicht. Ich bin ja hier geboren und auch aufgewachsen. Wo ich drei oder vier war, bin ich mal, oder waren wir ein oder zwei Jahre, haben wir in England gelebt. Davon selber habe ich aber nicht viel mitbekommen, weil ich wie gesagt noch sehr jung war. Ich habe einen anderen Teil der Familie, der lebt in England. Oder meine Verwandten hier. Meine Tanten oder Onkel sind mehr britisch als ich auf jeden Fall. Das heißt, du bist ein deutscher Kartoffel, oder? Kann man so sagen, ja. Cool. Wie viele Paar Schuhe brauchst du pro Saison? Schwierig zu sagen. Ich denke mal so mehr als zehn. Ich würde sagen zwischen zwölf und 15 ungefähr. Kommt hin. Okay. Wie ist es mit Abstand der Alteste im Team zu sein? Für mich ist es eigentlich gar kein Thema irgendwie. Es ist ja immer irgendwie so ein Thema für außerhalb. Irgendwann trifft es mal jeden, dass er der Älteste ist. Wird bei dir irgendwann auch so sein. Aber bis dahin hast du noch ein bisschen Zeit. Ich genieße es eigentlich auch, weil es ist auf der eine Art und Weise auch schön. Weil ich viel erlebt habe und ich kann das weitergeben an die jungen Spieler. Ich helfe unheimlich gerne den jungen Spielern. Es macht mir Spaß, die Rolle, die ich habe. Und ja, wie gesagt, ich habe damit selber gar kein großes Problem. Wenn man Fußball spielt, dann ist man irgendwie immer jung, gerade auf dem Platz oder jung geblieben. Es ist irgendwie immer noch das gleiche Spiel, was man angefangen hat. Und für mich ist das, wie gesagt, kein großes Thema. Was ist deine größte Sünde? Sünde? So vom Essen oder so her habe ich eigentlich keine Sünde. Also klar, ich esse auch schon mal Süßigkeiten oder Schokolade, aber jetzt auch nicht in Übermaß. Vom Charakterzug ist es immer schwer, über einen selber zu reden. Weiß ich jetzt auch nicht, was meine größte Sünde ist. Vielleicht habe ich ab und zu eine spitze Zunge. Aber ansonsten weiß ich nicht. Was denkst du denn, was ist meine größte Sünde? Sag nichts Falsches. Du machst immer Spaß. Aber das ist nicht schlecht. Ja, manchmal ist schlecht. Singst du manchmal auf dem Film? Auf dem Feld. Also beim Spiel sicher nicht. Nach dem Spiel, wenn wir gewinnen und in der Kurve sind, dann sind wir alle da. Und was ist deine Lieblende Sünde? Im Moment ist es ja oft so, wenn wir gewinnen, dass Rick das Mikro von ihm gewinnen. Ich weiß gar nicht, was hat er letztes Mal gesungen, Rick? Das ist ja dann so ein Song und den mache ich ganz gerne mit. Was war für dich der aufregendste Moment im Fußball? Es gibt eigentlich nicht nur einen Moment für mich, sondern es gibt eigentlich viele. Einer, der natürlich immer im Kopf ist, ist das erste Tor oder das erste Spiel, wenn man eingewechselt wird. Das sind natürlich Sachen, die man nicht so schnell aus dem Kopf vergisst, wo man sich auch gerne immer dran zurückerinnert. Aber es gab viele, ob das jetzt Champions League war oder mein erstes Länderspiel, DFB-Pokalsieg. Es gibt eigentlich viele, aber ich könnte jetzt nicht nur einen sagen. Also das heißt, du hast DFB-Pokal gewonnen? Zweimal. Mit? Einmal mit Wolfsburg und einmal mit Bremen. Was hörst du von der Musik? Ja, viel R&B und Black. Jetzt viel auch deutschen Hip-Hop zurzeit. Ja, diese Richtung. Keine Afro-Bits? Du hast mir noch keine gezeigt. Gibt's gute? Ich zeig dir eine. Ja. Liebe Fans, vielen Dank für eure Fragen. Wir möchten euch heute auch was schenken. Zusammen mit Aldiana verlosen wir heute an Weihnachten einen Reisegutschein für zwei Personen. Ihr könnt eine Woche für zwei Personen im All-Inclusive-Aldiana-Club Ampelwang in Österreich gewinnen. Um teilzunehmen, schreibt eine E-Mail an folgende Adresse. Ich wünsche euch frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. Musik Einmal mit uns im All-Inclusive-Aldrage auf den Weg. Auch mal im All-Inclusive-Aldrain-G hyped-Eiene. Einmal mit uns im All-Inclusive-Aldr namen. Ich wünsche euch jetzt mal noch kurz auf die Zeit!